jo alle leute euer mr hd ist wieder am start willkommen zur 21 episode von road to commander wir befinden uns auf dem app turbine turbine wie die leute die auch immer nennen möchten und spielen herrschaft so eigentlich wollte ich vorwaschen aber da ich jetzt vor im gespräch war jetzt mal hierhin da war schon einer der kommt aber der ist jetzt weitergelaufen habe ich habe drohne digger verlinten aber egal gut ich mache mit der waffe wie prestige was läuft nicht bei dir war was also ich stelle manchmal stirbt man ist auch im teckung wir müssten wieder beinnehmen anfang war so gut und dann nur noch rotze guck mal wo die randoms sich hier rumtreiben ey das ist doch mal nicht mehr schön hast du den der sitzt da oben der saß da in der ecke die dreck sauf ja der hatte geist ja mann ist unbedingt beinnehmen also jetzt verreckt da du lauf nein auch schütte kommt er da angelaufen wie so ein zombie mann 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 auch hinter mir habe ich muss hier noch eine und der hunter killer in der luft kann das sein wie viele nein drohne aktiv jetzt schimmelt er dahinten der lauch so vom kopp geklatscht nein jetzt sind die schon immer ach ich hasse diesen spawner bei c dass der behindert ist immer voll eingesperrt hier in diesem in der kleinen zelle ja geist halt meines erachtens noob pöp ach komm jetzt sporn ich wieder hier unten das ist so ätzend amfang läuft so gut und dann so eine rotze hier halt verrägt doch junge ja war so klar und da kommt auch noch einer ja toll egal dass 17 2 das läuft aber so gut bei dir wir sind noch am führen das noch ist nichts verloren hier aber trotzdem ich mal wieder paar kills machen verreckt junge kommst du nicht durch ich hoffe nach oben und decken von oben ab was 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 man alter das gibt es nicht das gibt es einfach nicht das sind so dreckige wenn es bei den gegnern die auch mitdenken weißt du bei uns denken die nicht mit bei uns jetzt immer richtig schäppig die decken ja alles absetzen ich laufe jetzt links lange rechts habe ich die schnauze voll ich versuche jetzt mal wieder einzunehmen ja zeitlich sowieso jetzt um kann ich hätte nur einer form sorry aber wir denken jetzt nicht auf mich was ziehe ich mit einer scheiße hier sind es keine gegner 19 2 ich finde keine gegner ist klar egal an sich ganz knapp nur wir haben schon wieder ein weniger die am 6 naja dann ist uns schon wieder warte mal deine taktik hier start dreieck habe ich jetzt mal gemacht aber irgendwie ach so einer raus sogar bei den gegnern noch einer sogar hey pass bloß auf weil wir kommen die auf jeden fall jetzt genau aus diesem grund ich habe drohne ich habe drohne bist du gestorben ja der typ nimmt jetzt ein hier weiter von dem von uns kann ich jetzt nichts machen leider feindliche orbital satellit die am orbital die gegner keine ahnung wie vorräte oder so der er kämpfte scheiße ja der mit geist hat ihn geworfen ey das ist so ein sichter ey ohne zu es geht schon wieder los so ich baller mal bei beiden grad hin wow 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 jawohl ich will nicht durch so einen scheiß hobby sterben man ich habe selber fast einen der typ da ist er habe ich die ganze zeit verfolgt der schnitzel ich brauche irgendwas alter ich muss einen auch killen man aber ich traue mich gerade übelst nicht hier wegzugehen weil bei b spawnen die alle weiße und nein fuck jetzt wird auch noch b eingenommen ja obi sehr schön alter übelst da im fehl alter egal kommen was schnell zu nehmen also ich gehe schnell zu c kommt schnell zu nehmen auch da oben kommen die aber ist nämlich jetzt kein c der schießt zum fall mit der pistol hast du obi ja komm auch weg ja ja komm sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön die drohne mache ich noch komm um die ecke komm trau dich komm um die ecke ach du kompi ach du kompi ach du kompi so ich hau mal den blitzschlag raus ja ich sterbe ey warum schade wird gesichert ich habe obi ach ist das herrlich mann so muss das doch sein du bist noch zu müde zum zocken alter wie lange hast du gepennt man jäger ja haben noch drei gegner quitten und so schon mal die noch bei a weg hoffentlich naja gut ja läuft doch 37 13 und 40 9 obis am stösel so mussten da seine der und wie geklaut den wollte ich gehen am ende naja so sieht es aus aber aber gut leute wir gehen uns dann gleich bei der nächsten runde wieder und weiter geht's auf der map turbine hier natürlich schon wieder herrschaft kommt der doppelt kennt man ja und es geht direkt weiter ab nach b so ich versuche jetzt hier hoffe dass ich die eine sicht dahinten nehmen kann die zweite man die c4 werfen kann da ist auch schon einer die spiel mit nicht nur das so der sieht mich nicht er sieht mich nicht ich laufe weiter und schießt noch nicht in der hoffnung schnell runter hier schnell runter hier der hat mich gesehen der hat mich erschrocken jetzt unaktiv digga wieder wieder ein guter start sag ich mal so ja ich auch komm wir einnehmen schnell ja ok dann mach du den ersten auf wo boah schreckt der mich voll nein 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 einfach obi fuck ah weil er kamen verbündeter und ich war gerade so konzentriert ich habe mich direkt geschossen auf den aber dann kam doch ein gegner und scheiße äh ätzend ätzend egal ich mal was von c4 gehört meine bitches haha ja so muss das sein alter direkt bei b herrschaft bam c4 packung und gut ist ne ne mit pumpe der stand aber warum steht der sich so dahin ich bin gestorben 1 vor orbital weil er so behindert getwitscht hat mit der op war du bist auch gestorben 1 vor ob ich finde es irgendwie lustig also in der hinsicht dass sie auch gestorben 1 vor ja nicht in der hinsicht lustig dass es positiv ist sondern natürlich kacke aber ob ich sie mit der pumpe digger ach mal der typ alter ey oh mein god man wer wissen will womit ich spiele hier kurz mal meine klasse und wieder zurück so oh fuck oh ist das schlecht bitte nicht nein das war so klar boah alter boah herz und fuck der tot jetzt in fuck boah alter manchmal ne aber einer spielt mit pumpe auf dieser map alter ja ich weiß naja wie sei es mal so in stadt hä 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 von wo kommt der denn jetzt nicht guckt in diesen seltern da kommt keiner ja da kamen zwei stück die habe ich mir weg geholt ja ja boah ich mach wieder blitzschlag auf die beine jawohl der mit der mg da unten geht mal auf den zünder boah boah die schüsse gehen auch auf mich boah er schreckt mich nicht schon wieder der typ ne a n alter der geht mir auf die nerven ach man ey der kämpft nur rum wer wer oh der schüsse gegen auf den gerade ja ich bin obi so ich lauf zu a nein boah war das knapp ey war das knapp ich hab kein zivier mehr gehabt ich nehme wieder a 1 da 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 ich habe drohne behalte ich aber noch für die nächste runde halten zu oh alter ey so ob ich die mich holen wollte warte 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 wenn die kommen würde ich c4 runter behalten auch für die runde behalten gut zwischen 26 22 24 santanas on the road so sieht's aus ich hab heute wieder voll mein spaß so muss das sein so hab die rauggranate mal raus getan die ist eigentlich gut aber schnelle magazin ist wieder doch wichtiger deshalb habe ich das reingepackt und ihr kommt auch schon meine drone und dann werde ich gleich c4 wieder runter wenn der gegner kommen oh fuck das war jetzt nicht so schlau zwei stücke mal hin schnelle magazin vor du bist aber ich bin ja noch mal geflasht worden wieder ein forbi wenn ich doch noch so doppelte handkarte gekommen noch eine aber du hast ja sehr schön ist der länder schiebst der oben oder 8 bis unten da drin ist so dachte er wäre da hinten ach da liegt eine arme ich hab ihm auch für distanz er wusste denn ist verschwunden lotster hasse ich knüpfe die da hinten vor wollte jetzt das bogen kann wenigstens keiner weglauen hier benächtiger ich gewartet bis dann los da habe ich ja ich warte jetzt noch könnte jetzt aktivieren aber mache ich jetzt nicht auch wenn es dann gute punkte gibt eigentlich aber bald lieber erst mal wieder ordentlich spawnen so wie es aussieht wollen jetzt ja einnehmen die leute ja dann nämlich natürlich mit ein ja schwach sind die punkte dann weg gehen zu lassen und dann laut star fertig ist dann sagt man bescheid bitte kurz von nase kratzen dann wie ich nämlich die drohne ja die spawnen da hinten wieder ist weg ok die drohne kommt raus bei c spawnen die ja übelster im fehl deine mist 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 hat passiert halt man aber immer wieder ärgerlich und lol schnell reagiert hat also achtet gar nicht auf mich geschossen dabei war kein c4 sonst würde ich jetzt bei ok peintliche drohen reinheit sich aber es wohl kaum wurst wenn das spiel jetzt해 und ist gewonnen haben um ich will jetzt lobt喔 008 haben ja wie wäre ich życia volume volume ja gleich im toe abschluss passtgue mir dafür habe ich eroberst und verteidigt mehr läuft aber gut so viel zur zweiten runde es läuft eigentlich läuft es läuft und wir sehen uns dann gleich bei der dritte runde wieder und weiter geht's herrschaft auf dem app carrier und ich würde sagen erst mal kurz einnehmen und ab nach b waschen erst mal eine rauchgranate in die fresse leiten werfen der gegner dann kommt einer schon von der seite ich war übel verwirrt da kommt noch einer nein ich bin tot doch nicht schwere geburt der tod ein schein alter hat eine schwere geburt bei mir ich sag's dir nein mann ey fuck ich will die vorne hinten frankieren schade wird gesichert da müssen wir mit sichern ganz klar höre auf höre auf wo ich noch mal die drohne ok ich guck jetzt noch mal auf der karte noch keiner kommt von da unten so blitzschlag kommt erst mal oh fuck der kommt doch nicht weil da kommen wieder feinde nein was ist denn das für ein hässiges mistvieh alter oh mann kennt der da ne oh da hinten ja da hinten könnte bei mir auch einer nein da wechselt der sekundär zur mp7 ah ich konnte sie nicht direkt werfen hätte ich machen sollen aber ich hätte gedacht der geht also runter und kommt nicht noch mal hoch dann ist doch noch einer unten lang gelaufen und zwar genau der sniper der erst gekämmt hat das ist ziemlich ätzend alter genau den wollte ich wegholen weil ich dachte er kämpft da weiter dann wollte ich hier mit c4 weg ich will nicht einnehmen doch jetzt mich so ein das sind schon punkte hier drohne aktivieren aber die dritte runde sieht auch schon nach sieg aus einfach mal abgesehen so ich wirf da hinten mal ne mann ey ich werd nicht neid ja was bei der map hier auch kein äh mit der netten pace leute alter der hat den gemessert gut ich kühl mich mal weg scheiße ich hab das gehört mit bravo aber ich hab da nicht reagiert nein reflexe wo ist der typ denn da hinten mann schon wieder hier snipe mann ey hast du so ne scheiß snipe alter du machst kein dropshot jungen da mach ich ja am shot so sieht es aus ja na klar jetzt wird mich der wichser schon wieder nein feindliche drohnen am himmel ey kattel drohne drohne oh da hinten ist einer oh da ist auch noch einer nein na leck das so kurz ey ich hasse das ich hab keine boh mehr ich kippe immer der gleiche alter er hat 10 zu 15 man kippt die ganze zeit schon mal oh man nix vor ihm war soja schade aber gut 17 3 ist okay und wieder cyborg abschluss game und oh ja weiter geht's wir haben drei gegner das ist auf jeden fall sehr sehr nice direkt vorzuwaschen zu b aber genau deswegen nämlich trotzdem nicht sb sondern c wer von raubgranate dahin unter umständen den snipern die sich zu nehmen oh nein verbindete orbi von dir ne ne ist nicht von dir ok trotzdem sehr nice ja jetzt nimmt der typ wieder ein das heißt ich nehme leute weil der nimmt jetzt auch ein hütter aussieht ja müssen einnehmen so noch mal schauen ich warte auf den zweiten glitschlag oh mein gott ne 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 ist nicht meine aber die sind jetzt immer am schimmeln dann kann ich da jetzt nicht lang laufen scheiße man ist auch kurz davor war die gegner sind bei mir so drauf ich bin ein davor genau ein ich hatte einen davor zu sein ja kenne ich aber ich habe obi ja ich auch nix vor ihm war warte ich hab das ist auch ein orbi behalte den noch ne oh man ja ja in der frühestel aa äh ratzivite naja ja gut okay wir sind alle dahinten drin Ich setze auch den hier ein Ja Okay Bin ich bei meiner drei Toten geblieben Ist vollkommen okay Ich würde sagen Das waren an sich drei ganz gute Runden Also Im nächsten Mal Sicherheits sehr groß aufkriegen müssen Oder so Und ja Leute Ich würde sagen Wir sehen uns dann Bei der 22. Episode wieder Bis dahin Euer Mr. Adi Haut da rein Und Ciao